Herzlich Willkommen bei Leine ab und leben. Im heutigen Video zeigen wir euch wieder einmal mehr eine Möglichkeit, wie euer Hund das Fressen selber suchen kann. Und zwar als Suchspiel. Gell? Ja! Die Universität of Cambridge hat eine Studie veröffentlicht, welche sich mit der Frage auseinandersetzte, weshalb einige Hunderassen über eine hohe Fresslust verfügen. Die Ursache ist in der DNA zu finden und dies bedeutet, dass bei diesen Hunden nach dem Fressen das Hungergefühl nicht abgestellt wird. Sehr stark ist die Hunderasse Labrador betroffen und laut der Studie ist in jedem vierten Labrador dieses Gen für hohe Essenslust vorhanden und im Schnitt für zwei Kilo mehr Körpergewicht verantwortlich. Wenn euer Hund extrem schnell frisst, dann ist ein Schnüffelspiel eine wunderbare Möglichkeit, um die Dauer des Fressens zu verlangsamen. Ihr seht das hier beim Labrador Mopsen. Normalerweise hätte er in ein paar Sekunden seine ganze Mahlzeit verschlungen. Und so dauert es viel länger und er hat zusätzlich eine Beschäftigung, die ihn anschliessend auch noch etwas müde macht. Schreibt mir doch unten in den Kommentaren, wie ihr dies bei eurem Hund erlebt. Hat er eventuell auch dieses Nimmersattgehen? So, ich wünsche euch nun viel Spass beim restlichen Video. Geniesst es und ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich sage bis auf ein weiteres. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.